Hallo. Ich bitte euch einfach nur euer Volk davor zu spannen, was im Tempel dauert. Bis bald. Hallo. Ärger am Tempel? Ich wünschte, wir hätten genügend Streitkräfte, um uns darum zu kümmern. Der Krieg mit Steinert ist bereits im vollen Gange. Wir brauchen jeden Mann, den wir kriegen können. Schönen Tag auch.